So, wir testen jetzt miteinander diese Palette, Bubi seine Musik spielt, mein Stern, diese wunderschöne Palette wollen wir jetzt miteinander testen und dazu diesen Highlighter von Action. Ein Spieklein und dazu diesen Buckels, schaut mal, diese lindersüße Pfeile, ist die nicht süß. So, ich brauche mal ein Pinselchen. Die nehme ich, ein guter Duft darf nicht fehlen, passt auch zu meinem Kleid, das zeige ich euch gleich noch. Jetzt hat man meine Versuch, meine Naturlocken. So, ich zeige es euch wieder, da sind auch schöne Vorgaben angezeigt. So, jetzt legen wir los, los, los. Ich gucke, ob ich es mit den Fingern mache. Fühlt sich schon sehr gut an, Mädels. Ich mische auch mal ganz gerne die Farben. Ich zeige euch nochmal diesen Mascara, den werde ich dazu benutzen. Ich bin echt zufrieden damit. Ich bin echt zufrieden damit. Schaut mal, wie schön der ist. Schaut mal, wie schön der ist. Jetzt testen wir den Blush miteinander. Es darf heute ein bisschen mehr sein. Es ist frische Sommer. See, Wasser. Wunderschöne Palette. Dann die Rippen. Habt ihr auch gute Laune? Die Sonne scheint. Dieser Lipgloss kommt in die Tasche. So sieht es aus, ihr Lieben. Es gefällt mir richtig gut. Ich freue mich jetzt Bilder zu machen. Also ich habe es jetzt mit der Hand gemacht, weil es lässt sich mit der Hand besser machen. Ich finde es sehr angenehm. Ja. Und beim nächsten Mal werden wir diese super coole Palette testen miteinander. Es werden jetzt mehrere Folgen kommen mit diesen Paletten. Schaut mal, wie süß mit der Sommergrille. Diese Palette werden wir beim nächsten Mal testen. Alles nach und nach. Yeah. Wuhu. So ist die Person, das sind meine Ohren heute. Etwas ist die Person. Ich bin jetzt north und nach. Oh. Oh. So mal. jetzt schminken wir mit dieser palette einen schönen look das ist meine Lieblingswemper-Tusche ich bin jetzt gerade mit denen das Gel gegangen und habe das einfach auf meine Lippe gemacht und ein bisschen blush darf es sein, heute nehme ich jede das darf ein bisschen mehr sein und morgen testen wir zusammen diese coole palette schaut mal wie cool die ist mega mega cool freue ich mich so nehme ich dann diesen highlighter morgen so diese wunderschöne neue Tasche von Action habe ich gekauft da freue ich mich ist richtig cool kriegt man mit rein und für mein Kletteisen habe ich das gekauft so eine Unterlage im Actionmarkt und das riecht richtig gut Leute auch von Action das war's mein heutiges Outfit mit dieser Tasche aus ich in 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.